Hallo, herzlich willkommen zur ersten Runde. Wir haben eine Hand, die etwas problematisch ist. Uns fehlt ein Rot. Mit einem Rot wäre sie unglaublich gut. Ohne ein Rot würde es schwierig werden, hier durchzukommen. Aber ganz insbesondere als Aggro-Deck ist es unheimlich schwierig, Card Disadvantage wieder aufzuholen. Ähm, ich möchte jetzt hier also nicht gerne runtergehen. Wir haben den Loyal Pegasus, der macht halt alleine nichts, aber wenn wir innerhalb der ersten drei Draws in Rot ziehen, denke ich mal, sollten wir ziemlich gut klarkommen. Von daher probiere ich das hier jetzt mal. Könnte sich natürlich als furchtbarer Fehler herausstellen, aber ich denke mal, es ist hier angemessen. Der Gegner scheint ja selber aggressiv zu spielen mit einem, ähm, mit einem One-Drop, aggressiven One-Drop, gegen den wir uns ja entschieden haben. Aber vielleicht merken wir ja auch, dass wir lieber den spielen sollten, als zum Beispiel ein... Oh Gott, wir ziehen hier weiter weiß nach, aber kein Rot. Äh, dass wir lieber den spielen sollten, anstatt ein, ähm, Four-Drop mehr. Ja, das könnte sehr gut sein. In gewisser Weise natürlich tragisch hier, ähm, durch Aggression besiegt zu werden, aber wie gesagt, wir wussten, was der... Das Risiko an dieser... Dabei ist, diese Hand zu halten. Das Blöde ist jetzt halt auch, ähm, wenn wir jetzt ein Rot nachziehen, dann können wir trotzdem immer nur ein Spell pro Runde spielen, obwohl wir theoretisch genug Mana haben. Ähm, ähm... 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 Ja, hm, 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 wollen wir hier blocken. So oder so haben wir ein Problem, wenn wir kein Rot ziehen nächste Runde. Ähm... Soll ich den Trade jetzt nehmen, wo er zur Verfügung steht? Ich denke mal, der Woodland Champion kann nur noch größer werden. Fühlt sich nicht gut an, da der Loyal Pegasus jetzt wieder alleine nicht besonders viel macht, aber... Ah... Ja, ja... Zwölf Karten ins Deck rein, kein Rot. Das ist bitter. Aber was willst du machen? Immerhin verbergen wir so Informationen vor dem Gegner, der nicht weiß, was wir spielen. Aber wenn wir jetzt kein Rot sehen, dann werde ich auch aufgeben, das lohnt sich nicht wirklich. Wir hoffen nur, dass wir noch ein bisschen was vom Gegner sehen. Eine Voracious Hydra zum Beispiel, aha. Okay, ähm... Wir sind tot durch den nächsten Angriff. Von daher brauchen wir jetzt hier nicht weiterzumachen. Naja, ich werde vielleicht noch warten können, ob der Gegner vor dem Combat noch irgendwas ausspielt. Aber ja, wie gesagt, das war nix. Ähm... Gegengrün, wollen wir irgendwas eher gegengrün haben. Sieht mit Flamesweep aus. Hat doch einige Kreaturen vom Gegner getroffen. Auch einige von unseren... Unchained Berserker sah nicht so gut aus. Kann gut sein, dass wir gegen den Gegner auch blocken müssen. Da nehme ich mir dann lieber ein Morland Inquisitor. Aber wenn wir racen, ist dieser Scout bitte auch gar nicht so schlecht. Ähm... Wie gesagt, Flamesweep könnte sich als gut herausstellen, auch wenn er eben sehr viele von unseren eigenen Kreaturen trifft. Aber wenn man es richtig einsetzt, und falls wir nochmal zurück geraten, könnte der eben gut sein. Ähm... Vielleicht einen Inspired Charge raus dafür. Obwohl die ja auch im Race ziemlich gut sind. Aber da habe ich lieber so einen Flamesweep in der Hinterhand. Act of Treason könnte gegen große grüne Kreaturen gut sein. Anstatt Flamesweep gegen die kleineren Kreaturen, da wir ja eigentlich viele Möglichkeiten haben, mit den kleinen Kreaturen fertig zu werden. Vielleicht probiere ich das mal so. Hm. Nee, ich probiere doch lieber den Flamesweep. Schauen wir mal. Wie ihr seht, ich bin hier wesentlich weniger sicher, als wenn es irgendwie um Value Jacks oder sowas geht. Ich spiele nicht so oft Aggro. Ich spiele nicht so gerne Aggro. Aber wir versuchen natürlich hier unser Bestes zu geben. Das ist doch schon mal viel, viel besser. Zwei One Drops. Ein Two Drop. Ein Four Drop. Wir sind on the play. So wollen wir das haben. Und der Gegner geht ein paar Karten runter. Das ist unsere Chance, Leute. Wir hoffen natürlich trotzdem auf ein spannendes und gutes und strategisch anspruchsvolles Spiel. Und nicht, dass der Gegner so oft einmalige nehmen muss, dass wir kein richtiges Spiel zustande bekommen. So. So, da wollen wir doch mal sehen. Wir haben nächste Runde Pacifism und Loyal Pegasus. Oder wenn der Gegner gar nichts macht, haben wir Pump und Loyal Pegasus, auch gut. Und da Bärchen. Kommt viel Schaden rein. Wie gesagt, gegen die erste Kreatur, die der Gegner spielt, ein Pacifism und das sollte dann schon fast reichen. An eigener Scorch Spitter. Das lohnt sich ja fast nicht. Da würde ich lieber angreifen. Scorch Spitter kann gegen Scorch Spitter traden. Obwohl, wir haben so viel Removal zur Verfügung. Ich glaube, es ist richtig, hier reinzugehen. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Gegner hier nochmal stabilisieren kann. Deswegen habe ich diesen doch sehr, sehr aggressiven Weg genommen, damit den Scorch Spitter mit Chandra's Outburst abzuschießen. Aber ja, sah gut aus. Wir sind schön gecurved gegen diesen Gegner. Gibt es hier noch irgendwas, was ich ändern möchte? Nicht wirklich. Mit dem Sweep bin ich mir, wie gesagt, nicht total sicher. Vielleicht würde ich lieber so einen billigen Trick haben. Aber an sich alles in Ordnung. Bin mir halt, wie gesagt, nicht so ganz sicher, ob wir nicht zu viele 4-Drops haben. Wir hoffen, dass wir nicht zu viele davon ziehen. Eventuell baue ich nach diesem Match nochmal das Deck ein bisschen um, dass ich vielleicht ein, zwei 4-Drops nochmal entferne, dafür was günstigeres reinnehme. Wir haben ja schon gesagt, so ein bisschen, ja, die Kurve an der Stelle zu hoch. Das hier ist eine relativ schlechte Hand, aber ich werde sie behalten. Wir hoffen wirklich, dass wir überhaupt keine Länder mehr nachziehen. Und vor allem, dass wir in 2 oder 3-Drop bekommen. Davon haben wir sehr, sehr viele. Es sollte also nicht ganz unwahrscheinlich sein, dass wir in Runde 2 oder 3 eine solche Karte ziehen. Okay, jetzt der Gegner wieder aggressiv. Okay, das, äh, das gefällt mir ganz gut. Zumindest wenn der Gegner kein Removal hat, da die beiden Pegasi sich gegenseitig dazu, ähm, befähigen, anzugreifen. Blocken nicht. Müsste ich auch mit beiden gleichzeitig blocken und das, dann würden beide sterben. Das wäre ja absolut nicht das, was ich möchte hier. Ich möchte jetzt einfach racen und so schnell wie möglich so viel Schaden wie möglich machen. Wenn der Gegner jetzt vor dem Combat irgendwas ausspielt, würde ich vielleicht überlegen mit dem Degasail Aeronaut, zu blocken, aber eigentlich möchte ich lieber angreifen. Mit Inspired Charge möchte ich auch keine Kreaturen verlieren. So viele wie möglich haben. Im Moment habe ich, äh, 7 und, äh, plus 6 sind 13 Schaden. Habe ich schon für nächste Runde. Und, ja, unwahrscheinlich, dass der Gegner über solche Tools wie wir verfügt. Ähm, das Einzige, was mir halt Sorge macht, ist, ähm, Removal. Okay. Das ist auch kein Problem. Kein Removal vom Gegner bedeutet, dass er uns nächste Runde tötet, ist äußerst unwahrscheinlich. Dass wir ihn nächste Runde töten, ist sehr wahrscheinlich. Von daher brauchen wir jetzt noch nichts vom Gegner zu töten. Wir können Chandra's Outrage offen lassen, obwohl dann die Gefahr vielleicht besteht, dass der Gegner einen Pumpspell hat. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen bringe ich hier den, äh, Pattern Matcher um. In meiner Runde. Gegner ist auf 7. Ist jetzt schon on board tot. Und selbst wenn er einen von unseren Fliegern tötet, ähm, stirbt er noch durch den Inspired Charge. Was er 11 Schaden zusammenbekommt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also nur 2 Removal, das wäre, das wäre das, was uns hier das Genick bricht. Aber wie gesagt, Removal auf Aeronaut lässt uns noch gewinnen. Okay, das war's. Ja, und der Gegner ist tot on board. Wir brauchen nichts machen. 4, 7, das war's. Kein Grund hier zur Show, den Inspired Charge auszuspielen. Wir wollen unseren Gegner nicht demütigen, wir wollen ihn nur besiegen. Ja, und damit hat das Aggro-Deck seinen, ja, ersten Sieg eingefahren. Äh, bin mir eben nicht ganz sicher um diese Unchained Berserker im Main-Deck. Vielleicht sollte einer raus und stattdessen doch so ein Scorch-Spitter. Gerade mit den zwei Inspired Charges im Main-Deck könnte, äh, könnte der sich auch als wichtig erweisen. Aber ich hab eben das Problem. Einfach, dass er, wenn der Gegner 2, 2-2er ausspielt. Oder so, sowas in die Richtung. Dann kann der schon gar nichts mehr machen. Auch wenn ich Interaktion hab. Ich bin mir also da nicht so sicher. Aber, also, so ein Curve-Out ist schon relativ wichtig. Also, ich denk mal, ich werd das mal hier versuchen. Vielleicht dafür einen 4-Drop rausnehmen. Welchen von denen wollen wir denn nicht so gerne haben? Die wollen wir eigentlich alle gerne haben. Ähm. Wie viele Kreaturen haben wir hier? 20. Das ist dann eine von unseren schlechteren Kreaturen. Ace, Bird Grabber, Berserker. Ähm, joa. Dann nehmen wir mal einen Berserker raus. Gucken mal, wie das so läuft. Aber, ja, wie gesagt, ist noch sehr explorativ. Wie ihr merkt. Dann probieren wir es mal und starten in die nächste Runde. Bis gleich. So, behalten wir diese Hand. Ihr dürft raten. Ich trinke in der Zeit einen Schluck Kaffee. Also, gehen wir das nochmal durch. Uns fehlt wieder Rot. Das war ja letztes Mal auf jeden Fall ein riesiges Problem. Wir haben viermal Weiß, was schon reicht, um den Master Splicer auszuspielen. Aber, dass wir hier aggressiv rauskommen, das funktioniert nur, wenn wir innerhalb der ersten beiden Draws Rot ziehen. Da wir ja on the draw sind, kann das schon sein. Also, ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher. Also, on the play würde ich sagen, diese Hand wird auf jeden Fall zurückgeschickt. Da wir on the draw sind, eventuell behalten wir sie. Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich gehe so ungern eine Karte runter. Aber, wenn wir es ganz genau betrachten, dann sind wir schon fast eine Karte runter, weil wir vier Planes haben. Unsere Karten kosten höchstens vier Mana und wir müssen eher in Rot ziehen, damit wir unser Deck spielen können. Auf der anderen Seite haben wir hier den Destructive Digger, der eben Länder nochmal in Spells verwandeln kann. Von daher würde ich sagen, ach komm, probieren wir es einfach nochmal. Ein kleines bisschen Glück gehört, wie gesagt, auch zu Magic dazu. Oder eben Pech. Je nachdem, auf welcher Seite es landet. Nein. Oh, ich sag nochmal Hallo. Nicht vergessen, immer höflich sein. Rot, rot, rot. Na gut, Fencing Ace, äh, gibt Schlimmeres. Ich spiele das hier aus, obwohl der Gegner die Weile hat. Wenn er seine Runde ausgeben möchte, um unser Fencing Ace zu töten, dann bin ich damit einverstanden. Noch ein Destructive Digger. Uh, naja, wir wissen auf jeden Fall, was wir später mit diesen Planes anstellen. Cerulean Drake, der ist natürlich gut gegen mich, ja. Tatsache. Aber nicht gegen den Master Splicer. Der Cerulean Drake, den würde ich eher nicht im Mainboard spielen. Den halte ich dafür nicht so gut. Also wenn man ganz viele Payoffs hat für, ähm, Flieger eventuell, aber halt einfach nur für die Chance, dass der Gegner rot spielt, würde ich das jetzt nicht unbedingt tun. Ähm, ja, uns fehlt weiterhin Rot. Wir sind mal wieder auf der Pechseite angekommen, aber hey, kein Problem. Die Planes hier spielen wir aus. Der Gegner spielt kein Schwarz, also wird uns wohl nichts discarden lassen. Und, ähm, ähm, wir haben ja die Destructive Digger. Aber der Gegner geht natürlich hier richtig ab mit seinem Risen Reef. Wir ziehen weiter nichts, was wir spielen können. Hey, es ist mal wieder, es ist mal wieder richtig Pech. Also kann man nichts machen. Wie gesagt, 13 Karten drin. Statistisch gesehen sollte da ein Rot dabei sein. Ist es halt nicht. Zeigt mal wieder, ähm, wie viel Wahrscheinlichkeitsrechnung eigentlich gut ist. Okay, hier ist unser Rot. Nicht schlecht. Das heißt, wir können immerhin unser Sky Knight Vanguard ausspielen, auch wenn der nicht so viel bringt. Der Gegner kann nämlich einfach seinen Cerulean Drake zurückhalten und den, ähm, die ganze Zeit blocken. Blocken, blocken, wollte ich sagen. Blocken. Er bringt es vielleicht mehr, den Destructive Digger auszuspielen, um nach einem weiteren Rot für Shandress Outrage zu suchen. Um den Brontodorn abzuschießen. Oder ähnliche Sachen. Ähm, ich werde hier angreifen mit dem Golem. Und wenn der Gegner mit Bronti und Risen Reef blockt. Ach so, ja. Natürlich, das war ja ein Artefakt. Konnte der Gegner einfach so töten. Ja, wie gesagt, hier Mana-Effizienz sein Destructive Digger können wir eben auch deshalb hier gut gebrauchen, um unsere zusätzlichen Länder loszuwerden. Oreal Elemental. Sieht da auch wieder furchtbar aus für uns. Gegner geht richtig steil mit seinem, ähm, Elemental Stack. Da können wir im Moment nicht so viel machen. Aber das ist halt manchmal einfach so. Ähm, okay. Hier nehme ich Shandress Outrage. Die, also die Gelegenheit war, Shandress Outrage zu spielen, um den Voreal Elemental, ähm, abzuschießen und anzugreifen. Vielleicht oder sogar wahrscheinlich sollten wir besser, ähm, mit unserem, also das Risen Reef abschießen. Mann, ich sollte nicht gleichzeitig über die Wortset nachdenken und versuchen zu reden, das funktioniert nie. Ähm, da der Gegner ganz bestimmt noch viel mehr Elementals hat. Zumindest ist Scuddleman schon mal kein Elemental. Und Woodland Champion nicht. Okay, was können wir hier machen? Ähm, wir haben sieben Mana zur Verfügung. Wir können Loyal Pegasus ausspielen. Sky Knight Vanguard. Und dann... Dann war's. Angriff mit Master Splicer ist nicht möglich. Aber wir können den Destructive Digger einsetzen, um noch ein Land zu opfern. Das gefällt mir sehr gut. Und dann können wir sogar noch den Scudges bitte ausspielen. Von daher stehen wir auch gar nicht so furchtbar da. Und das Gute ist jetzt, dass Sky Knight Vanguard eben Loyal Pegasus ermöglicht, hier in den Cerulean Drake anzugreifen. Sehr gut. Beim Angriff von Gegner würde ich gerne den Destructive Digger eben vor Frostlings setzen, Woodland Champion oder Scuddlemutt. Je nachdem, mit was der Gegner angreift, am liebsten Woodland Champion, da der jetzt zum 3-3er wird. Und vielleicht sollten wir jetzt langsam anfangen zu rechnen. Wir könnten auch Master Splicer und Scud Spitter einsetzen, da die im Moment nicht so viel machen. Allerdings, wenn wir Inspired Charge ziehen, dann sind wir wahrscheinlich froh, dass wir die beiden Buddies haben. Von daher werde ich das mal so machen. Und wenn der Gegner kein Dingens, Kirchens, Token ausspielt nächste Runde, dann ist auch unser nächster Destructive Digger ja auch groß genug, um mit dem Woodland Champion zu traden. Der wird ja immer größer, wenn ein Token rauskommt. Super. Angriffe haben wir hier nur in der Luft. Aber das ist ja schon mal nicht nichts. Okay. Ach, du je. Also ich habe mal wieder Scuttle-Mutt vergessen. Der tappt ja nicht nur für Mana, sondern auch für, äh, ähm, für, um, um, um die, äh, eine Kreatur in eine entsprechende Farbe zu verwandeln. Das ist natürlich sehr gut mit diesem Cerulean Drake zusammen, aber, ja, da bin ich voll reingelaufen. Schon wieder habe ich das übersehen. Das ist wirklich blöde. Da habe ich jetzt hier einfach eine Kreatur weggeworfen. Schwierig hier durchzukommen. Ähm, also ich gehe im Moment mal davon aus, dass wir verlieren. Gucken wir schon mal an, was der Gegner hier hat, was wir uns vorbereiten sollten. Vor allem sollten wir uns darauf vorbereiten, wieder so ein Risen Reef zu treffen. Äh, ich glaube, ohne Risen Reef haben wir ganz gute Chance gegen diesen Gegner. Mit Risen Reef wird das äußerst schwierig. Ähm, ja, hier werde ich nicht blocken. Ähm, ich könnte mit Steadfast Century und dann noch einen Counter verteilen auf eine Kreatur, aber das ermöglicht mir auch keinen weiteren Angriff. Gegner ist hier einfach sehr, sehr weit vorne, was die, ähm, was die, äh, Dingens Kirchens angeht. Die Ressourcen. Ähm, ja. Das bringt alles nicht viel. Wir haben hier einen Boardstall. Und, äh, da gewinnt so ein Value-Deck natürlich locker. Wobei wir, wie gesagt, auch noch die Digger haben. Wir haben auch Möglichkeiten, hier Value zu bekommen. Ähm, hier werde ich jetzt mit Sentry den Thicketcrasher blocken. Das Gute ist, ähm, ich kann den, ähm, Birdcrabber damit so groß machen, dass der und Skynet Vanguard zusammen angreifen können. Dann kriege ich zwar immer nur einen Schaden pro Runde durch, aber immerhin wäre das nochmal eine Option, um irgendwie wieder, ähm, Schaden machen zu können. Und die zwei vom Wolf nehme ich einfach. Jupp. Schöne Kombo, Gegner kriegt seinen Thicketcrasher wieder raus und geht weiter ab mit Risen Reef. Risen Reef ist einfach der Wahnsinn, Greenwood Sentinel nicht. Ja, Packmaster gefällt mir hier auch gut, müssen wir das auf 3 oder auf 4 aufpumpen, auf 3 sollte reichen, das heißt wir können mit Birdcrabber und Vanguard angreifen. Die Frage ist nur, ob wir dann sterben. Der Gegner hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Angreifer und wir haben dann 4 Blocker, das heißt, wenn wir die größten Angreifer, der hier hat Trample, blocken, dann relativ, ziemlich wahrscheinlich, dass wir sterben, wir können also noch nicht mal angreifen hier. Und das heißt, wir geben hier weiter. Ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, so ein Spiel weiter auszuspielen, wo man sich schon ziemlich sicher ist, dass man nicht gewinnt, weil man dem Gegner ja auch weitere Informationen gibt, weil man sich manchmal so ein bisschen vorkommt, als wäre es Zeitverschwendung. Aber ich denke mal, dass das hier richtig ist. Okay. Dieser Angriff vom Gegner führt mich dazu, hier zu blocken, dann gehen 2 Schaden über, sind wir auf 3. mit dem, na, ich werde hier traden müssen, kann zum Beispiel Scorch Spitter auf Greenwood Sentinel, Master Splicer auf Greenwood Sentinel, Pack Mastiff kann mit dem Woodland Champion traden und dann, ja, noch ein Digger gegen den Fuchs, weil natürlich den Wolf, aber, ja, ist die Frage, will ich jetzt lieber den Birdgrabber oder den Digger haben? Die sind mir beide wichtig. Birdgrabber ist halt eine der einzigen Optionen, um irgendwie angreifen zu können. Während Digger uns halt tiefer ins Deck hineinzieht. Ja, schwierige Entscheidung, ich mach's mal so, aber kann eben auch sehr leicht falsch sein. Okay. Okay. Ja, das ist ja so. Juhu, er sieht ja sehr schlecht aus, aber wie gesagt, das ist dann das, was unterm Strich bei rumkommt, wenn man sich halt anschaut, was der Gegner alles für Value macht, mit seinem Risen Reef. Die Frage zeigen wir dem jetzt noch Amber Hauler und Berserker. Das Überleben ermöglichen sie uns schon und ich sehe es jetzt gar nicht als nullprozentige Chance an, dass wir hier gewinnen. Also natürlich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber wir überleben den nächsten Angriff. Das schon mal jedenfalls. Und wer weiß, ob wir es irgendwie schaffen, das Board aufzuräumen. Sleep Paralysis. Wird wohl reichen, aber mal sehen. Also, hilft ja nichts, jetzt mal durchgucken. Ähm, was wären unsere Traum Blocks? Ähm, hier den einen vielleicht zu nehmen, hier zu blocken. Boah, der wird so oder so. Vielleicht hier zu blocken. Hier zu blocken. Zwei kommen durch. Ähm, fünf kommen durch. Secret Crasher abschießen, aber der macht seinen Schaden dann gleichzeitig mit dem Unchained Berserker. Das wird so also nichts. Ähm, ja, hier sind wir nicht mehr in der Lage zu überleben, also. Ja. Ohne Trample wären wir noch gerade so am Leben. Können mit dem richtigen Topdeck auch überleben, aber, ja. Das war nichts. So, was wollen wir haben? Äh, den einzigen Flieger, den wir gesehen haben, der hatte Protection from Red. Das hier bringt uns also nichts. Ähm, ich denke mal, Druck, Druck, Druck hilft uns. Ähm, Flamesweep könnte sich bezahlt machen. Wir haben viele Kreaturen gesehen, die davon getroffen werden. Ähm. So viele große Kreaturen haben wir nicht gesehen vom Gegner. Wo sich vielleicht so ein, ähm, Tectonic Rift bezahlbar machen würde. Bezahlt machen würde. Äh, Scotch Spitter sah jetzt nicht Premium aus, aber okay. Ähm, ich sehe hier nicht so recht, was ich unbedingt anders haben möchte. Der Berserker scheint mir halt nicht so viel zu machen. Aber, wie gesagt, wenn wir hier aggressiv rauskommen, dann sieht das Ganze eben auch nochmal ganz anders aus. Druck, Druck, Druck ist unser Programm. Und wenn wir zurück geraten, dann können wir hier eventuell mit Flamesweep nachholen. Und ich finde, wir haben nochmal gesehen, normalerweise wäre man als Aggro-Deck wahrscheinlich, ähm, in der Position, in der wir waren, noch viel weiter oder hätte noch viel schneller verloren. Aber diese Destructive Digger, dass wir vier Stück davon haben, die machen echt Arbeit in so einem Aggro-Deck. Wenn man da fladdet, dann ist das schon ziemlich gut. Ähm. Goblin Ringleader gibt uns halt ein bisschen Card-Advantage, was mir gut gefällt. Scotch, bitte, um richtig Druck zu machen. Ah, aber es ist nicht so richtig, was hier raus soll, hm? Dann gehe ich mal mit meinem... Oh. Die Zeit ist abgelaufen. Schade. Etwas knapp. Weiß nicht, ob Flamesweep jetzt drin ist oder nicht, weil wir nicht mehr Sub mit selber gedrückt haben. Vielleicht haben wir jetzt 41 Karten im Deck. Das wird sich zeigen. Ähm. Das ist doch mal eine Hand, mit der man ein bisschen Druck machen kann. Hoffen wir, dass es reicht. Hier macht genauso viel Schaden wie Fencing Ace, hat mehr Wahrscheinlichkeit durchzukommen. Ähm. Joa. Hier relativ egal. Skynet Vanguard greift an. Gut, der Gegner kann das Token tot blocken, aber ist uns egal. Destructive Digger. Kommt raus. Mana Effizienz. Alles, nur kein Risen Reef, bitte. Okay. Woodland Champion ist okay. Skuttle Mutt ist ungünstig, aber okay. Ähm. Okay, was wollen wir lieber spielen? Wir haben hier eine gute Auswahl. Ähm. Doppelblock auf Destructive Digger würde uns... Das ist unwahrscheinlich. Der Gegner wird wohl eher einen Token blocken und... Äh. Destructive Digger einzeln blocken, wo unser Inspired Charge vernichtende Ergebnisse erzielen sollte. Das kommt mir hier also äußerst gut vor. Unser Digger bleibt am Leben. Unser Token hat mit Skuttle Mutt getradet. Das ist also ein 2-for-1, den wir hier bekommen haben. Hoffen wir nur, dass das jetzt, ähm... Sozusagen nicht die... Der Inspired Charge war, den wir gebraucht haben, um den letzten Schaden durchzubringen. Da der Gegner hier immer noch weiter am Stabilisieren ist. Ein Outrage ist schon mal sehr gut, was das angeht. Ähm. Hier kommen wir auf jeden Fall am besten mit unserem Hasty Boy, während der Gegner ausgetappt ist und auch keine Kreatur draußen hat. Oh, toll. Hat nicht getroffen. Aber es sind alle schön unten drunter gelandet, hä? Oh je, unser zweiter Inspired Charge ist weg. Na gut. Wir wussten ja, der wird nicht immer treffen, aber möglicherweise häufig. Ähm. Okay. Haben wir hier eine bessere Option mit Inspiring Captain und Angriff nur mit Destructive Digger oder mit Chandra's Outrage und Angriff mit beiden. Ähm. Der Weapon-Smith kann so oder so den Ringleader blocken. Ähm. Aber dann können wir eventuell nächste Runde was tun. Von daher denke ich mal hier Silverback-Sharmon und Angriff mit denen ist gut. Obwohl wir auf der anderen Seite, wenn wir jetzt das Fencing Ace ausspielen und Digger zurücklassen, um zu, äh, was zu opfern. Eventuell bessere Optionen zum Alpha-Angriff danach in der Runde haben. So einen Inspiring Captain möchte man halt auch eben normalerweise dann rausspielen, wenn man so viel wie möglich Value rausbekommen kann. Und der ermöglicht zum Beispiel schon Fencing Ace und Destructive Digger anzugreifen. Ja. Ich gebe dem Gegner nochmal einen schönen Jump-Log. Und hier zeigt der Destructive Digger schon, was er wert ist. Hm. Okay. Hier können wir in jedem Fall sowas wie Pegasus Outrage Angriff. Ähm. Eventuell wäre Pegasus Inspiring Captain Angriff besser. Aber wie gesagt, der wird besser, je mehr Kreaturen man hat. Ähm. Wenn wir das machen und den Sherman mit Outrage belegen, können wir aber leider nur mit Digger angreifen, der dann nur gegen Weaponsmith oder Wolf tradet. Aber hier, hm, wir können auch in der Runde vom Gegner den Sherman töten und dann mit Inspiring Captain mit allen angreifen. Vielleicht wäre das eine gute Option. Hm. Auf der anderen Seite, wir können auch mit Ringleader, ne, da wird Wolf auf Digger, Weaponsmith auf Ringleader. In jedem Fall spielen wir den Loyal Pegasus aus. Und wir wollen dem Gegner lieber weniger als mehr Möglichkeiten geben, seine Karten auszuspielen. Das heißt, ich würde jetzt eher darauf gehen, am Ende des Zuges vom Gegner Outrage auf Sherman. Der Gegner geht auf 9. Hat hoffentlich nur diese drei Kreaturen draußen. Und Inspiring Captain ermöglicht uns dann einen guten Angriff. Okay, das ist ein verdammtes Risen Reef. Wir hoffen, dass das jetzt zu spät kommt. Dass der Gegner jetzt nicht noch eine Karte zum Ausspielen hat. Okay. Gut. Was den Card Advantage angeht, können wir nicht mithalten. Das wussten wir vorher. Ja. So, der Gegner ist jetzt ausgetappt, kann mit seinen Karten nichts anfangen. Wir können den Captain rausholen und Angriff mit allen angreifen. Ich denke mal, das ist jetzt mehr geboten als nächste Runde. Wir wissen nicht, ob wir nochmal einen angemessenen Angriff bekommen, weil der Gegner so viele Karten nachgezogen hat und so viel Mana hat, dass es sehr gut sein kann, dass eine Kreatur spielt, die so groß ist, dass wir nicht mehr profitabel angreifen können. Und so sehe ich den Gegner eher dazu gezwungen, ein paar ungünstige Blocks zu machen hier, um nicht zu viel Schaden zu nehmen. Hier zum Beispiel, okay, der Gegner hat auf jeden Fall genug Kreaturen gefunden, um hart abzugehen mit Scampering Scorcher, drei Elementals, mit Risen Reef natürlich eine tödliche Kombo. So, wir werden jetzt irgendwie versuchen müssen, diesen Schaden durchzubekommen, aber das ist natürlich jetzt furchtbar, dass der Gegner hier Leben zurückbekommen kann. Okay. Uff. Wenn ich mit allen angreife jetzt, ne? Zwei Schaden kommen garantiert durch. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, der Gegner könnte eventuell Overgrowth Elemental zurückhalten und hier nur blocken. Ich glaube aber, er ist dann zumindest zu einigen ungünstigen Blocks gezwungen. Und, äh, ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das hier jetzt der richtige All-In-Angriff ist, nur weil dieser blöde Overgrowth Elemental Leben bekommt. Das ist jetzt wirklich, also da hat der Gegner jetzt einfach optimal sozusagen nachgezogen. Vor allem dieses Leben, was er bekommt. Das ist richtig schlimm. Im Moment ist der Gegner noch tot. Ja. Genau. Ja. Okay. Eine Menge Traits. Ach, verdammt. Das habe ich ja vollkommen vergessen. Durch den First Strike bekommt der Gegner genug Leben vorher. Ja, wow. Tödlich. Hier werde ich den Mountain ausspielen, weil wir eventuell das Pack Mastiff soweit aufpumpen müssen. Ähm, aber sehr unwahrscheinlich, dass wir hier nochmal durchkommen. Wäre dieser verdammte Overgrowth Elemental mit seinem Life-Gain nicht gewesen, wäre das Ganze zu gewinnen gewesen. Eventuell haben wir eben auch zu... ...ja, unbedacht gespielt. Ähm, ja, aber dieses ganze Leben, dass er so groß geworden ist, ist nicht mal so schlimm. Da können wir durchkommen mit unseren ganzen kleinen Kreaturen. Wir haben Pacifism und sowas noch als Interaktion. Ähm, aber das Life-Gain, das hat uns jetzt definitiv hier das Rückgrat gebrochen. Aber wie gesagt, möglicherweise auch einfach mein ungünstiger Angriff. Vielleicht hätte ich länger warten sollen, aber wie gesagt, ich dachte, der Gegner hat so viele Karten auf der Hand. Der kann auf jeden Fall weiter stabilisieren. Und ich bringe ihn lieber jetzt runter, solange ich noch kann. Äh, das hier... Hier bin ich noch nicht tot mit dem Angriff. Von daher werde ich nicht blocken. Mit der winzigen Mini-Chance, dass wir hier durchkommen... ...so nicht. Ähm, ähm... Wollen wir darauf hoffen, dass der Gegner vergisst zu blocken. Das ist natürlich Quatsch. Tja, das war's leider. Ähm, aber mit Sicherheit eine ganze Menge... Äh, ja, eine ganze Menge Sachen, die es da anders zu machen gab. Ähm, wie gesagt, gerade... Gerade und insbesondere bei Erkrodecks bin ich immer sehr, sehr unsicher. Hier gesehen haben. Also bin dann auch sehr dankbar um Kommentare, wo es darum geht, und was hätte man in der einen oder anderen Runde mit den Informationen, die in dieser Runde zur Verfügung standen, anders gemacht. Warum? Ähm, von daher, ja, wie gesagt, sehr unsicher, ob ich dieses Spiel hier hätte gewinnen können. Ich meine, dass dieser Overgrowth-Element gerade ganz, ganz furchtbar ungünstig kam. Äh, und wir ansonsten wahrscheinlich gewonnen hätten jetzt das zweite Spiel. Beim ersten Spiel auch unsicher. Muss ich eventuell auch selber einfach nochmal angucken, die Aufnahme. Ähm, ja, aber ich denke mal, wir lernen wieder viel übers Format. Insbesondere, dass Risen Reef einfach ekelhaft ist. Ähm, dass diese Elemental-Payoffs überhaupt sahen bis jetzt richtig gut aus. Also Risen Reef und Overgrowth-Elemental haben wir hier gesehen. Die ziemlich gut performt haben. Und dann gibt's ja noch den Leverkind-Brawler. Den hab ich auch schon häufig gesehen, was der sehr gute Arbeit gemacht hat für eine Kammen. Ähm, also Elementals scheint mir doch echt ein Ding zu sein. Da scheint es sich echt zu lohnen, drumherum zu bauen. Ja, bei uns, äh, wie sieht's aus mit unseren aggressiven Decks? Äh, bin mir noch nicht so sicher. Hab das noch nicht alles ganz verarbeitet. Ähm, auch ob Scorch Spitter hier reingehört oder nicht. Ob unsere Kurve so hoch sein soll oder nicht. Noch nicht so ganz sicher. Ob Act of Treason vielleicht doch hier reingehört. Wir werden's sehen. Wir hoffen jedenfalls, dass wir mal auf ein weißes Deck treffen und unsere Unchained Berserker das vernichten können. Ähm, also mal schauen. Vielleicht ja in der nächsten Runde. Bis gleich. So, willkommen in der nächsten Runde. Wir sind on the play, bekommen eine gute Hand und gehen dann mal rein. Jetzt ist natürlich hier die Frage, wir könnten Ember Hauler ausspielen, aber Unchained Berserker als 3-1er-Angreifer, äh, je besser, desto früher der draußen ist. Ähm, können nächste Runde Ember Hauler und Loyal Pegasus ausspielen. Oder Berserker und Loyal Pegasus. Oh, ich denke mal, wir sind ganz gut damit bedient. Und ich hab jetzt gerade noch, während ich die Karte am Ausspielen war, gedacht, hm, vielleicht doch besser den Ember Hauler zuerst, weil der Gegner ja jetzt so dazu angeregt wird, eine nicht-weiße Karte auszuspielen, ähm, da der ja eben Protection hat. Aber, wie wir sehen, der Gegner ist auf weiß, bleibt auf weiß sitzen. Das ist ganz hervorragend für uns. Und hier werde ich tatsächlich lieber den Bird Grabber ausspielen. Der kann dann nämlich sich schön an den Pegasus dranhängen und, äh, weiter gut angreifen. Oder vielleicht doch nicht so einfach, hm. Ausgerechnet Griffin Sentinel uns hier so ein großes Problem macht. Ähm, müssten auch Ember Hauler und eine weitere Kreatur aufwenden, um den loszuwerden on board. Schade, der hält echt diese beiden Kreaturen komplett auf. Das ist ja dämlich. Ähm, lieber Ringleader, der halt, ja, einfach geblockt wird vom Sentinel. Oder lieber Destructive Digger. Und, ähm, der, der halt auch angreifen kann, angreifen und blocken kann hier in der Konstellation. Ähm, wenn wir noch einen Land ziehen, können wir allerdings Ember Hauler und Digger nächste Runde ausspielen. Also, eventuell ist es hier besser, Mana effektiv zu sein und der Ringleader kann eben auch das Fencing Ace blocken. Von daher, ich brauche nichts dagegen, den hier auszuspielen. Bisschen Card Advantage. Und immerhin, unser Unchained Berserker kann weiter angreifen. Schöne, runde Sache. Der Gesell Aeronaut auch kann ebenso in den Griffin Sentinel angreifen. Wunderbar. Okay, Aegis für den Sentinel. Hätte sich hier vielleicht eher auf Fencing Ace gelohnt. Ah, okay, aber der Gegner hat noch eins. Spielt der Gegner Mono Weiß, frage ich mich gerade. Auf jeden Fall wird er hier versuchen zu racen. Aber ich denke mal, da machen wir uns jetzt noch keine Sorgen drum, sondern gucken eher, wie wir hier gucken, eher wie wir hier vernünftig angreifen können. Ähm, der Berserker hat ja sowieso Protection, der kann immer angreifen und blocken, soviel er möchte. Wir geraten jetzt aber scheinlich ein bisschen zurück von dem Leben her. Wir hätten so gerne einen Pacifism, um den Griffin Sentinel loszuwerden, weil dann hätten wir einen exzellenten Angriff. Ähm, ich denke mal aber, weitere 6 Schaden können wir uns auch noch leisten. Von daher würde ich jetzt hier noch nicht, ähm, würde ich jetzt hier noch nicht, äh, den Anstrengend Berserker zurückhalten zum Blocken. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen schade, dass sie, ähm, dass jetzt 2 Schaden hier nicht reicht, um wirklich profitabel irgendwie auch das Fencing Ace loszuwerden. So einen richtig guten Block habe ich damit leider nicht. Destructive Digger und Ember Hauler reicht dann auch nicht. Das Fencing Ace wird schwierig zu blocken sein, jedenfalls. Ähm, können wir dem Gegner, der macht 2, also Doppelblock mit den beiden in der Luft auf den Sentinel und dann mit Ember Hauler abschließen, bringt ja auch mal gar nichts, leider. Ja, Taffness ist leider ein bisschen hoch. Hm, 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 hm. Spielen wir hier auf, ähm, Pacifism ist die Frage. Ich denke mal ja. Von daher spiele ich hier den Daggernaut aus, äh, den Aeronaut aus, nicht den Daggernaut. Auch wenn der etwas weniger Mana-Effizient ist, immerhin hält er auch den, äh, Chaplain da von ab anzugreifen. Gegner spielt wirklich Mono-Weiß. Ist ja eigentlich das, was wir uns gewünscht haben. Ähm, schade, dass wir jetzt hier irgendwie zurückliegen gegen die Weenies mit Auras vom Gegner. Okay, der Gegner wirft hier seinen Daybreak Chaplain weg. Das kann ich nicht empfehlen. Hm, ansonsten haben wir hier keinen sinnvollen Block. Das möchten wir halt auch noch nicht machen. Sechs Schaden nehmen ist hier kein Problem für uns. Und wie gesagt, dass der Gegner hier seinen Daybreak Chaplain für einen Leben wegwirft, das kommt uns doch sehr entgegen. Hm, okay, ein weiteres Rot hilft uns jetzt nicht unbedingt weiter, aber ist in Ordnung. Der Berserker muss jetzt zurückbleiben, um das Fencing Ace zu blocken. Und den Griffin Sentinel können wir immer noch nicht wirklich profitabel blocken. Ähm, aber irgendwie geht das schon. Zum Beispiel mit Pegasus und Aeronaut den Sentinel blocken und dann den Emberholler opfern, um den abzuschießen. Haben dann immer noch den Birdgraver, um den Dawning Angel zu blocken. Also, unsere Blocks sehen jedenfalls gut aus. Unser Board ist viel weiter, also nicht unwahrscheinlich, dass wir hier... ...dass wir hier noch gewinnen. Okay, Yoked Ox macht nichts. Ja, der Gegner möchte wirklich hier mal ein schönes mono-weißes Deck ausprobieren. Was ich aber nicht empfehlen kann, ist Yoked Ox und, äh, Ages im selben Deck zu spielen. Du willst, äh, Ages halt in einem aggressiven Deck spielen, äh, während die zum Beispiel Yoked Ox, Zaybreak, Chaplain und auch eigentlich Griffin Sentinel eher etwas defensiv sind, obwohl der Sentinel natürlich etwas besser wird, wenn man die Ages spielt. Ähm, wollen wir hier... Achso, Aeronaut kann ja gar nicht blocken. Ha, okay, das ist natürlich blöd. Ähm, wir müssen also dem Birdgraver hier eigentlich, ähm, fliegen geben. Aber haben dann auch keinen Blocker für den, für den Griffin Sentinel, was wir ja langfristig haben wollen. Äh, okay, unsere Blocks sind doch gar nicht so gut, wie ich erst gedacht hatte. Ähm, jedenfalls sollten wir Dawning Angel töten. Ähm, ähm, ja, ungünstig, ungünstig. Das habe ich nicht, das habe ich jedenfalls nicht ganz clever gemacht, aber okay. Und Berserker blockt Fencing Ace. Und er kriegen zwei Schaden. Kein Problem. Okay. Ähm, ähm, ja, jetzt haben wir nur ein Problem gegen den Sentinel weiterhin. Den Destructive Digger sollten wir am Boden aber nicht zum Blocken brauchen. Weswegen wir hier durchaus den jetzt schon mal einsetzen können. Wie gesagt, ein Passivism lässt uns hier weit nach vorne kommen. Ein Land nicht. Ähm, okay. Haben wir hier einen Angriff rein? Auch nicht wirklich. Ich habe leider eben wieder vergessen, dass der Dagger Sail Aeronaut in der Runde vom Gegner kein Fliegen hat. Und das war jetzt wirklich problematisch. Ähm. Ja, wir haben noch einige gute Draws, die uns aus dieser Situation rausbringen. Aber das war jedenfalls nicht optimal gespielt von mir. Wie es ja immer wieder vorkommt. Okay, noch ein Destructive Digger wird uns hier nicht überleben lassen. Ich habe jetzt hier auch, ähm, was ich definitiv hätte machen sollen, gar nicht geguckt, ob ich vielleicht hätte einen tödlichen Angriff gehabt. Ich bin mir relativ sicher, das nicht. Aber es sei nur erwähnt, dass das jedenfalls eigentlich geboten ist. Okay, ähm, ja, hier haben wir verloren. Es sei denn, der Gegner merkt nicht, dass er, ähm, dass er mit dem Griffen Sentinel einen tödlichen Angriff hat. Das würde mich jetzt aber sehr wundern. Wir lassen einfach mal das Mana offen und geben weiter zurück an den Gegner. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall etwas verpasst. Also wir haben Reckless Airstrike, der gegen diesen Griffen Sentinel gut ist und gegen den Angel. Der gefällt mir leider Sorcery, also nicht als Reaktion auf die Ages am Start, aber trotzdem nett. Ähm, wir wissen, dass auf jeden Fall diese Unchained Berserker reinkommen. Hm, Flamesweep, na, der Gegner hat auch irgendwie ein paar Dreithaffniskreaturen und so gehabt. Das muss also nicht sein. Der Geistail Aeronaut nicht optimal, aber kann doch zumindest in den Griffen auch ganz gut angreifen. Ähm, Fencing Ace tut vielleicht nicht so viel. Ich glaube, Birdgrabber können wir gebrauchen. Mastiff sowieso. Emberholler sowieso. Vanguard ist gut on the play. Scorch Spitter gegen diese ganzen 1,3er nicht so Premium, aber gegen diesen 0,4er natürlich sehr gut. Ähm, ich denke mal, ich hole jetzt Fencing Ace raus. Einen von diesen 4-Drops sollten wir auch machen. Ähm, da hole ich mal den Ringleader raus. Card advantage werden wir eher nicht brauchen. Fury kann gut sein. Ähm. Ist es der Scorch Spitter? Wahrscheinlich schon. Okay. Sideboard Tag. Wollen wir mal hoffen, dass es reicht. Mit einem guten Draw sollten wir den Gegner schlagen. Unsere, ähm, Also seine Karten haben sich jetzt hier sehr gut aufgestellt gegen die Karten, die wir gezogen haben. Und das Life-Gain ist natürlich ganz hilfreich für ihn, aber, ähm, ich denke mal, das Power-Level von unserem Deck ist doch etwas höher. Die Hand können wir leider nicht behalten. Die Hand können wir auf jeden Fall behalten. Haha, herrlich. Unchained Berserker und Lawyer Pack ist das Super-Kombo gegen unseren Gegner. Ähm, möchte ich hier lieber den Ember Hauler und den Destructive Digger. Der Digger sah aus, als könnte er ganz gut angreifen in die Kreaturen vom Gegner rein. Und wir haben noch nicht das Doppelrot für den Ember Hauler. Auch wenn ich den sehr gerne mag, ich glaube, das ist die Karte, die wir hier, ähm, auf die wir hier am ehesten verzichten können, im Vakuum betrachtet. Wie gesagt, gegen die drei Taffniskreaturen vom Gegner macht das auch nicht viel. Wir versuchen den Gegner hier einfach mit unserem Pegasi-Berserker-Stuff zu überrennen. Der Gegner hat pausiert mit einem weißen Mana offen. Deutet das vielleicht God-Swelling? Bin mir nicht sicher. Der A-Break-Chaplain jedenfalls macht nichts gegen uns. Und noch ein Berserker. Das eine Leben pro Runde, das macht mir wirklich keine Sorgen. Und diese garantierten sechs Schaden pro Runde gegen den mono-weißen Gegner, das sollte wahrscheinlich schon reichen. Und auch diese zwei Leben pro Runde, die bringen auch nichts. Die holt der Loyal-Pack, ist es wieder rein. Ach, das ist ja genial. Der Gegner macht ja noch nicht mal Schaden. Protection ist schon richtig gut, hm. Und Persefism werde ich auf jeden Fall zurückhalten. Für irgendeinen Flieger oder so. Der Gegner wird wohl schon tot sein nächste Runde. Wir haben hier acht Schaden, naja, nicht ganz. Der A-Break-Chaplain holt nochmal zwei Leben, dann ist der Gegner auf eins durch unseren nächsten Angriff on board. Okay, gut. Ja. Okay, er holt acht Leben. Das ist was anderes. Noch eine Aegis. Okay. Neun. Achso, elf Leben zurück für den Gegner. Naja, das gibt ihm auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Nicht schlecht. Das muss man auf jeden Fall sagen. Das ist ganz nett. Unser Persefism sollte damit Schluss machen. Wir haben für acht Reihen. Und dann nächste Runde mit Uncate Fury. Sollte der Spaß beendet sein. Aber selbst wenn wir jetzt nicht Persefism gehabt hätten, könnten die Unchained Berserker, könnte ich einfach einen zurücklassen, den Daybreak-Chaplain blocken, damit der Gegner würde nicht mal Schaden machen. Ja, das war's. Ja, absolut. Ja, wow. Also der Gegner spielt sehr, sehr viele Auren. Haben wir gerade nochmal gesehen. Hm. Was ist denn da gut? Eventuell so ein Act of Treason auch. Aber das war jetzt nur, weil der Gegner so eine riesige Kreatur hatte, dass mir das sinnvoll vorkommt. Sonst sollte das häufig nicht so sein. Wir haben nicht keinen weißen Aura-Removal. Joa, ich denke mal, wir können das so lassen. Reckless Airstrike. Ja, wir haben jetzt in diesem Spiel keine Kreaturen gesehen, gegen die er sinnvoll war. Aber es ist halt echt blöd, dann da eine tote Karte zu haben. Vielleicht wollen wir lieber was, was uns weiter durchkommen lässt, wie unsere eigene Ages. Oder noch ein Angreifer. Oder so ein Act of Treason. Ja, das wäre nicht immer unbedingt gut gewesen. Ja, ich lasse den Airstrike drin. Der lohnt sich schon. Also das ist sehr, sehr mana-effizient gegen die Flieger vom Gegner. Das, was mir halt so ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass der Gegner, die ihr Kreatur ausspielt, in derselben Runde noch eine Aura drauflegt. Der scheint ja echt deckvolle Auren zu haben. Aber das ist eben auch sehr gefährlich, wie wir sehen. Da muss man sehr all-in gehen auf Kreaturen und dann mache ich ein Pacifism drauf. Oder habe einen von den Berserkern zurück, um die zu blocken. Und dann bringt das überhaupt nichts. Also mir gefällt gerade unsere drei Unchained-Berserker natürlich mega gut. Gegen Mono-Weiß sowieso. Aber auch gerade ganz insbesondere gegen den Plan vom Gegner. Ja, okay. Nicht perfekt, aber durchaus eine Hand, mit der man gewinnen kann. Okay. So, lass mich raten. Du spielst jetzt eine Aura auf den Morland Inquisitor. Pot-Splitz. So, ähm, ja, leider lohnt sich hier der Angriff mit Sky-Night Vanguard nicht, da der Gegner den einen Schaden, den ich mache, einfach zurückbekommt und mit dem Daybreak-Chaplin blockt. Von daher ist es sinnvoller für uns, den Vanguard zurückzuhalten, um den Chaplin selber zu blocken, der jetzt wahrscheinlich auch wieder eine Aura verpasst bekommt. Aber, ja, etwas schade, wenn wir jetzt hier wegen Mana-Problemen verlieren, aber das kommt halt vor. Das ist eben dieses All-In vom Aura-Deck. Ja, gut. Gegner greift für 8 an. Ist okay. Können wir verkraften noch. Ähm, ja. Todblocken können wir den nicht, egal was wir für eine Kreatur ausspielen. Wir brauchen unser Passivism hier, um zu gewinnen. Frage ist jetzt, ähm, block ich nächste Runde oder nicht? Ich denke mal eher nicht, aber kann halt auch gut sein, dass der Gegner jetzt noch so eine Aegis ausspielt und wir sowieso nicht blocken können und sterben. Aber so ist das nun mal. Da kann man nichts machen. Wir können ab nächster Runde zumindest so ein Soldier-Token zurückhalten zum Jump blocken. Ähm, wenn ich nicht blocken möchte, ist wahrscheinlich immer noch Steadfast Century am besten. Da der Vigilance hat, der kann dann angreifen und in der nächsten Runde nochmal jumpen, sollte sich die Notwendigkeit dafür ergeben. Ähm, also wenn wir diese Runde überleben, dann könnten wir ganz gut stabilisieren, weil wir doppelt blocken können. Aber wie gesagt, eine Aegis beendet das Ganze. Boah, gesagt, ist, äh, ist auch okay. Okay, der Gegner hat einen sehr gefährlichen Deckplan. Manchmal zahlt sich das aus und manchmal eben nicht. Da bin ich bereit, ähm, das anzunehmen. Gut. Okay, ähm, wir haben drei Blocker gegen die drei Angreifer vom Gegner, sind auf eins. Wir müssen also auf jeden Fall einen weiteren Blocker ausspielen. Mit dem Destructive Digger. Und müssen dann leider... Ne, wir müssen nicht doppelt jumpen, ne. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist doppelt blocken. Den Daybreak Chaplain mit unseren beiden größeren Kreaturen. Und, ähm... Dann kann Sky Knight Vanguard den blocken und Soldier Token den Inquisitor. Und dann ist der Gegner zumindest schon mal hier diesen... Diesen riesigen Übeltäter lose. Das ist okay. Müssen wir nochmal Jump blocken. Das ist eben so. Doppeltjumpen ist natürlich furchtbar, aber der Gegner verliert eben auch Karten dabei. Anders lässt sich diese Situation hier nicht bewältigen. Okay, und, äh... Ja, damit sind wir tot. Und... Wie gesagt, All-In-Plan vom Gegner. Äh... Ich halte ihn nicht für besonders gut. Ich halte ihn für viel zu riskant. Aber manchmal klappt es halt eben. Äh... Und von daher... Ähm... Ist das schon okay. Man muss ja nicht immer so versuchen, so sicher zu spielen. Äh... Der Gegner hat sich schon was gedacht bei seinem Gauntlets of Light Glaring Ages Combo. Ähm... Ja, und das war unser erster Einblick in die... In ein Agro-Deck für Corset 2020. In ein richtiges Agro-Deck. Ähm... Ja, als es geklappt hat, hat es richtig gut geklappt. Äh... Jetzt war es natürlich schade. Unchained Berserker hätte uns jetzt im dritten Spiel auch nochmal richtig geholfen. Wir haben bestimmt nicht optimal gespielt. Bestimmt überhaupt nicht. Bestimmt habe ich tausende Fehler gemacht während diesem Draft hier. Ähm... Ja, werde versuchen was daraus zu lernen. Vor allem weniger Agro-Decks zu spielen. Ne, Quatsch. Wenn das Agro-Deck kommt, dann kommt das. Ne? Ich habe ja schon auch während dem Draft gesagt, mein Spiel, äh... Also was ich bevorzugen würde, wäre eher dieser Vivian-Plan, ne? Mit Value und sowas. Versuchen das Board zu stabilisieren und dann mit irgendwelchen mächtigen Karten oder guten Kombos irgendwie ganz viel Value rauszuholen. Das ist das, was meinem persönlichen Stil eher entspricht. Worauf ich mehr Lust habe. Aber wenn das Agro-Deck kommt, wenn das Agro-Deck im Draft offen ist, dann sollte man das Agro-Deck auch nehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das das beste Deck war, was verfügbar war. Und, ähm... Von daher, das ist eben das Tolle am Draft. Man muss auch offen sein für die Strategien, die sich ergeben und sich nicht festlegen darauf, ach, ich spiele lieber ein bisschen controlliger, ich spiele lieber ein bisschen value-orientierter. Deswegen lasse ich das mit Rot-Weiß-Agro mal sein. Ich glaube, das war hier absolut die richtige Wahl. Wie gesagt, auch wenn unsere Draft-Ergebnisse jetzt nicht gut sind, bin mir zumindest sicher, dass, wie gesagt, vom Deckbau her, vom Draft selber, das auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Und, ja, was mein, ähm... Ja, Spielen vom Agro-Deck angeht, bin ich sicher, das ist noch absolut ausbaufähig. Da kann ich noch eine ganze Menge lernen. Ähm... Und, äh, ja, von daher, ich hoffe, dass ihr da auch, äh, was gelernt habt. Vielleicht gerade dadurch, dass, dass ihr vielleicht beobachtet habt, die Fehler beobachtet habt, die ich gemacht hab, habt, äh, vielleicht, ähm, vertieft das ja nochmal das eigene Verständnis davon, wie man mit so einem Agro-Deck umgehen sollte. Auch, was den Deckbau selber angeht, lasse ich mich gerne nochmal belehren, ob ich vielleicht wirklich zu viele 4-Drops drin hatte. Ähm... Klar, wenn ich, äh, die Kurve hätte ein bisschen umverteilen können, wenn ich da die Wahl gehabt hätte, hätte ich es vermutlich getan. Ähm... Im Sinne von, wenn ich mehr 3-Drops zur Verfügung gehabt hätte aus dem Draft selber, dann, äh, hätte ich das ein bisschen anders gestaltet. Ähm... Aber, ja, wie gesagt, bin da auch sehr gespannt, wie gesagt, um Tipps gerade, was diesen aktuellen Draft angeht, weil, ja, da bin ich mir bei anderen Decks, äh, wesentlich sicherer. Hier sind es jetzt neue Karten dazu, eine Strategie, die ich nicht häufig drafte. Also bin mal gespannt darum, um eben Tipps, Kommentare und hoffe, dass ihr eine Menge gelernt habt, ähm, nochmal dadurch und, äh, dass ihr vielleicht auch ein bisschen Spaß hattet. Und ich jedenfalls schon, ähm, bin auch, wenn ich jetzt nochmal so ein Resümee ziehe von den ersten 3 Drafts, die ich hier gemacht habe, dann muss ich sagen, ich habe eine Menge verschiedener Deckstrategien gesehen, auch innerhalb derselben Farben, ähm, und bin daher auch ganz positiv eingestimmt, was das Format angeht. Da scheinen eine Menge, äh, Archetypen zu existieren, verschiedener Deckstrategien, die man, äh, die man draften kann. Dann sind nicht alle unbedingt das, was ich, äh, als gut empfinde oder empfehlen würde, aber es ist halt auch, ähm, eben spannend zu sehen, dass es da so eine große Bandbreite gibt. Äh, besonders in einem Corset, was ja traditionellerweise eher ein bisschen, ja, einfacher gehalten war. Aber bis jetzt sieht das echt recht spannend aus und, äh, ich hab, äh, sehr viel Spaß da dran und Lust da drauf, weiterhin zu draften. Von daher sehen wir uns beim nächsten Draft. Bis dann!